Kleine Abkühlung bei 26, 27 Grad und los! Du nicht, Chef? Geh noch mit mir! Andra! Aus! Ja, toll! Geh an! Mach mal Sitz! 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 Fräulein, Arsch runter! So ist fein! Und los! Da hinten Andra! Ja! Der Junge muss wieder einen großen Stock haben, ne? Ja! Ja, fein Andra! Aus! Komm mal hier! Komm mal hier! Hier! Andra! Das ist ja nicht doof, nimmst den einfachen Weg, ne? Andra! Undra! Da ist er doch! Da! Hey! Andra! Komm mal zurück! Andra! Hier! Andra! Siehste! Ja, fein! Du bist doch bescheuert! Du bist doch bescheuert! Ein Jungs- oder Mädchen-Stock, ne? Ja! Wo hast du den jetzt hingeschleudert? Ja! Man kann sie doch nicht schütteln mit dem Stock im Maul! Ja! Andra! Keine Ahnung, wo der hingeflogen ist! Ja! Da such mal! Ja! Wört mal Chef da! Guck mal! Ja! Wört mal Chef da! Hauptsache im Wasser, ne? Ein alter Weidezaunfall!